Azur-Mondgras? Eine Blume aus meiner Heimat. Sie ist besonders schön. Aber so bezaubernd wie ich ist sie nicht. Wir sollten aufbrechen. Frieren. Ich werde sie dir eines Tages zeigen. Gut. Wenn es sich ergibt. Ich dachte mir zwar, dass es ihr gibt. Doch nicht, dass es so viele sind. Es hat lang gedauert. Himmel.